Wir haben das letzte Video schon über die 170er gemacht. Ich stelle mittlerweile auf diesen günstigen... Es ist jetzt nicht bloß, dass das Ding echt übel qualmt und auf einem geschmorten Kunststoff recht. Vom Handling her definitiv drückend angewinnen. Die meisten von meinen Kunden kommen jetzt momentan und sagen, hey, ich brauche eine Einsteigersäge. Ich brauche einfach wieder was, weil ich ins Holz gehen kann. Qualität schaut schon mal nicht schlecht aus. Bis zum nächsten Mal.